Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Mittwochs-Update hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute an, welche zusätzlichen Botschaften in dieser Woche jetzt von der geistigen Welt zu uns fließen wollen. Als allererstes werden wir jetzt aber wieder mit dem Klangkech starten, um die Energien hier als auch bei dir ein bisschen zu reinigen und anzuheben. Und ich darf dich einladen, einen tiefen Atemzug in deinen Bauch zu nehmen und spüre dabei, wie sich deine Bauchdecke wölbt und neue frische Energie in deinen Körper fließt. Und mit dem Ausatmen lässt du Anspannungen und niedrig schwingende Energien los. Amm. 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 Amen. Amen. Ich habe mich heute dazu entschieden, eine Mischung aus Lenormand und Tarot zu machen. Heute wieder mit meinem Seelenreise-Tarot, auch das wie immer, unter diesem Video verlinkt. Dann werde ich mit dem Lenormand tatsächlich als erstes, machen wir es als erstes? Ja, wir machen es als erstes. Wir ziehen als erstes den Diamanten. So, der Diamant ist eine schöne Möglichkeit, wirklich in die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft zu gehen. Wir schauen uns allerdings auch an, worüber du gerade nachdenkst, was bei dir emotional gerade los ist. Gerade nachdem wir so eine interessante Wochenbotschaft hatten und immer noch Nachführe haben, natürlich, bin ich sehr gespannt, was sich jetzt in dieser Legung zeigt. So, fangen wir die Karten als erstes hier unten hin. So, wir starten mit dem Bären. Der Storch. Und noch, ey, okay, 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 okay. Wow. Mhm. Okay. Leute, wer zieht hier um? Wir haben hier einmal das Schiff. Mit dem Schiff geht es ums Reisen, ums Umziehen. Auch mit dem Storch kann es ums Relocaten gehen. Also sprich, darum, dir umzuziehen. Das ist das deutsche Wort, ja. Ähm, gerade auch, weil wir hier ein Haus haben, hier haben wir den Schlüssel für ein Haus. Hier haben wir auch noch etwas, was recht plötzlich kommt. Dann haben wir hier auch noch Bewegung. Also für viele von euch, und gerade auch, wenn ich mich zurück entsinne an die Wochenbotschaft, geht es tatsächlich darum, umzuziehen. Oder beziehungsweise, wenn es kein Umzug ist, dann lässt du aber etwas Altgewohntes hinter dir. Ähm, wir haben als Hauptthematiken hier, wenn wir uns das mal anschauen, ähm, die Kernthematiken oder beziehungsweise, wenn ich immer ins große Ländermoor reingehe, ist dann natürlich der, ähm, der Anker hier als Arbeit. Das heißt, grundsätzlich kann es für manche von euch auch um die Arbeit gehen. Wir haben hier schon wieder eine Führungspersönlichkeit. Also schon wieder diese Energie, die wir auch hatten in der Wochenbotschaft für die, ähm, ich weiß nicht welcher Wochentag das war. Ich weiß, aber da war hier König der Stäbe angesagt. Und wir haben so ein paar ähnliche Energien wieder. Die Hauptenergie für dich in diesem Moment, wo du dieses Video schaust, ist der Storch. Und der Storch, der kommt immer mit Veränderung. Das heißt, irgendetwas verändert sich jetzt in deinem Leben. Und es kann sein, dass sich vielleicht erstmal etwas in deinem Inneren verändert. Wenn ich mich zurückerinnere an die Wochenbotschaft, wir hatten die 8 der Kelche. Mit den 8 der Kelchen kann das auch eine emotionale Distanz sein, dass mehr Frieden und Harmonie in dein Herz zurückkehrt. Das könnte allein das große Ereignis sein, dass du merkst, boah, irgendwas ist jetzt wirklich anders. Ähm, für manche von euch kann das aber auch wirklich etwas im Außen sein. Lass uns das doch mal genauer anschauen, ne. Ähm, gerade auch mit dem, äh, Schiff, was da liegt. Das könnte eine Veränderung der Richtung sein, in die es jetzt geht. Auch das ist etwas, was ich schon gesagt habe in der Wochenbotschaft. Eine Veränderung vielleicht, ähm, eine Kursänderung könnte das sein. Ähm, vielleicht Kleinigkeiten, die verändert werden müssen, bezogen auf deine langfristigen Ziele, die du erreichen möchtest. Auch das hatten wir in der Wochenbotschaft. Jetzt lass uns erst mal schauen, was liegt hier in der Vergangenheit. Also, ähm, in der Vergangenheit haben wir hier gegebenenfalls, ähm, wenn wir jetzt uns erst mal den Anker anschauen, dann haben wir hier eine erfolgreiche Arbeit, wo du, ähm, entweder ein Trainer, ein Chef, ein Coach bist, in einer Führungsposition bist, andere unterstützt, andere schützt, anderen hilfst, vielleicht ein Schutzpatron für andere bist. Ähm, das wäre eine Möglichkeit hier. Oder wir haben hier eine Situation mit einem Trainer, einem Chef, einem Coach. Sprich, vielleicht bist nicht du diese Person, sondern da war jetzt in der kürzlichen Vergangenheit jemand im Bereich der Arbeit, der eben diese Position eingenommen hat. Wenn das der Fall ist, dann sehe ich aber hier, das war recht stabil, diese Verbindung zu dieser Person und auch recht positiv. Ähm, ich habe das Gefühl, irgendwas war extrem erfolgreich hier in der kürzlichen Vergangenheit. Entweder gibt es eine erfolgreiche Verankerung, ähm, eine glückliche Verankerung hier, eine sehr starke Verankerung, die wir hier auch haben. Wenn es jetzt nicht um, ähm, um den Beruf geht, könnte das auch grundsätzlich ein, ein Seelenpartner sein. Gerade mit dem Bären ist das natürlich jemand, der einen gewissen Einfluss auf dich hat, eine sehr wichtige Person hier, ähm, mit der hier gefühlt, äh, ja, wie ich schon gerade sagte, Glück und Erfolg ist und auch Stabilität ist. Und diese Person könnte vielleicht in deinem Leben verankert sein. Wie gesagt, für wiederum andere, ich gehe in die verschiedenen Aspekte rein. Es ist eine allgemeine Legung. Dementsprechend, ähm, weiß ich natürlich nicht, wie, in welchem Lebensbereich das für den einen oder, äh, für den Einzelnen von euch hier fällt. Äh, dementsprechend gebe ich euch einmal diese verschiedenen Möglichkeiten mit, was es bedeuten kann. Ähm, wir haben hier Kraft, Kraft und Stärke liegen. Wir haben auch hier das Thema, ähm, mit der Sonne. Beides kann auf gewisse Art und Weise dafür stehen, dass du dich sehr kraftvoll, sehr selbstbewusst gefühlt hast, sehr stabil gefühlt hast. Also das könnten im Prinzip Energien sein, die einfach darauf zurückzuführen sind, wie du dich gefühlt hast, jetzt gerade in der kürzlichen Vergangenheit. Grundsätzlich stark, positiv verankert, optimistisch, gesettelt. Mit Settling ist nicht so viel mehr, würde ich mal sagen, weil sich hier irgendwas jetzt verändert. Aber du hast ja auf jeden Fall eine starke Basis auf gewisse Art und Weise. Oder wie gesagt, es ist, äh, jemand, der dir vielleicht auch geholfen hat, deinen Beruf erfolgreich zu machen, ähm, oder, ähm, die, dein Beruf, deine Stabilität grundsätzlich, muss nicht immer nur auf einen Beruf bezogen sein, hat, stand einfach unter so einer, einem positiven Energie hier, dass das wirklich recht gut gewachsen ist, dass das recht stark gewachsen ist. Also erstmal, ob das jetzt dein gesamtes Leben betrifft, einen Lebensbereich, eine Situation oder dich selbst, dass du einfach wirklich auch krass an dir gearbeitet hast, um dich, um das hier zu erreichen. Ähm, die Basis hier, die wir in der Vergangenheit sehen, ist auf jeden Fall extrem gut. Gut. Ja, wohin führt es jetzt? Im Hier und Jetzt? Lass uns mal schauen, worüber du nachdenkst. Ähm, da ist auch wieder das Thema Nachrichten, die reinkommen. Hier ist auch nochmal ein Vertrag in der Zukunft, eine Nachricht oder Information in der Zukunft, die auch nochmal wichtig sein wird. Ähm, aber jetzt gucken wir uns erstmal das an. Die Hauptkarte hier mit dem Reiter, ähm, Neuigkeiten kommen rein, die kommen jetzt recht schnell auf dich zu. Oder du denkst über irgendeine Art der Bewegung nach. Diese Bewegung kann recht plötzlich kommen. Ähm, ich nehme, weil die anderen Karten so stark und so positiv sind, habe ich eher das Gefühl, dass die Sense nicht wirklich diesen negativen Einfluss hat im Sinne von, oh, Achtung! Ähm, es könnte sein, dass du vielleicht ein bisschen vorsichtig bist mit irgendeiner Art der Bewegung, die du jetzt machen möchtest. Ähm, es könnte sein, dass es hier darum geht, dass du überlegst, mit etwas in die Aktion zu gehen, wo etwas gekürzt, beendet oder abgebrochen wird. Und das kann hier um die Familie oder das Zuhause gehen oder etwas, ähm, was in deinem nahen Umfeld, in deinem Privatleben ist oder irgendwas, was, wo du sehr, was, Moment, was ist das Wort, was ich suche? Also, gewohnt, Gewohnheit. Gewohnheit, es könnte sein, dass du mit einer Gewohnheit brichst hier ebenfalls. Gewohnheit aufgrund dessen, dass das Haus natürlich all das ist, was uns nahe liegt, wo wir uns wohlfühlen, das ist die Komfortzone. Dementsprechend gewisse Gewohnheiten können damit ebenfalls, äh, zusammenhängen. Ich habe aber das Gefühl, dass hier diese Energie, hier liegt ganz viel Energie, hier liegt Energie, Erfolg, erfolgreiche Aktion, erfolgreiche Bewegung. Da ist Bums hinter. Es ist nicht einfach nur so, okay, ich überlege jetzt, was könnte ich jetzt machen, wie gehe ich in die Aktion? Da ist Stärke, da ist Kraft, da ist Selbstbewusstsein dahinter, Erfolg, Optimismus, Positivität. Entweder es ist diese Nachricht, die reinkommt, die extrem positiv ist, ähm, oder du bist sehr stark, dass du dich sehr selbstbewusst fühlst in deiner Aktion. Ähm, und wie gesagt, grundsätzlich habe ich das Gefühl, diese Aktion oder Bewegung, darüber könntest du gerade nachdenken, dass das recht plötzlich kommt, oder, dass du vielleicht ein bisschen vorsichtig bist, oder dass es darum geht, gewiss mit irgendwas zu brechen, irgendwas loszulassen. Ähm, schauen wir uns auch mal an, hier, was ich ganz spannend, ey, du darfst mir jetzt mal sagen, was bei dir los ist. Ob im Live-Chat, falls du gerade live dabei bist, oder auch bitte in den Kommentaren. Was sind denn das für Karten gerade? Ähm, die wünscht man sich ja permanent. Permanent, vielleicht nicht permanent Veränderung, aber so starke Karten. Guck mal, das ist die Ebene, deine emotionale Ebene. Stabilität, Sicherheit, Sicherheit. Und wir haben das schon hier. Kraft, Stärke, Selbstbewusstsein, Erfolg. Erfolg vielleicht auf der Arbeit, welche dir ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben hat. Oder in einer Verankerung ist etwas echt, hat sich positiv weiterentwickelt, wie auch immer. Aktuell irgendwas zu irgendeiner Situation, die sich gerade in deinem Leben präsentiert, die aber in Verbindung steht mit einer Veränderung, bist du extrem emotional stabil. Ähm, das sieht man selten so tatsächlich. Also der Anker mit der Stabilität, ähm, das ist wirklich abgefahren. Und dementsprechend, wie fühlst du dich aktuell? Du fühlst dich sicher. Du fühlst dich sicher. Du fühlst dich offen. Du fühlst dich recht gefestigt, recht stabil. Ähm, ich habe das Gefühl, dass du das Gefühl hast, du hast ein recht gutes Fundament. Ob das jetzt emotional ist oder auf andere Art und Weise. Du bist sehr gefestigt. Und dann sehen wir hier auch nochmal, ne, das Haus ist auch der Rückzugsort auf gewisse Art und Weise, wo man dann wiederum sicher ist. Deswegen alle Karten hier auf emotionaler Ebene. Ich habe das Gefühl, du bist emotional sicher. Äh, du bist emotional sicher. Du fühlst dich sicher. Für manche von euch kann es hier auch darum gehen, um Familienangelegenheiten, ne. Vielleicht fühlst du dich gerade sehr offen, sehr familiär oder offen, was deine Familie angeht. Ähm, auch wenn wir uns jetzt die Thematiken anschauen, der Anker kann natürlich zusätzlich nochmal bedeuten, ähm, die Arbeit, dass hier in deinem Herzen deine Arbeit ist, die dir mit Sicherheit sehr liegt. Ähm, vielleicht arbeitest du von zu Hause aus. Das sind nochmal Zusatzbotschaften, die man mit diesen Kombinationen machen kann. Vielleicht arbeitest du von zu Hause aus. Vielleicht, ähm, fühlst du dich hier sicher mit einem neuen Zuhause, mit einer Veränderung, ne, weil der, der Storch, der strahlt ja quasi auf den kompletten Diamanten ab. Das heißt, ähm, vielleicht fühlst du dich hier recht sicher, was eine Veränderung angeht, weil grundsätzlich Schlüssel und Zuhause ist für mich natürlich auch immer, okay, mit Sicherheit, hier ist etwas verankert, hier ist etwas sicher, äh, zum Thema Zuhause. Also, ein Zuhause ist sicher, sich Zuhause absichern, das könnte ebenfalls hier liegen. Ähm, so, wenn wir uns jetzt einmal anschauen, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickelt, nehmen wir diese Karten hier. Und wir sehen, dass wir hier einen, entweder einen Vertrag haben für einen Haus, der recht plötzlich reinkommt. Ein Haus, eine Wohnung, ein Vertrag, das kommt recht plötzlich. Oder, ähm, du brichst hier etwas ab. Ich habe aber das Gefühl, weil du über die Aktion nachdenkst, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass es ist, was von außen auf dich zukommt, im Sinne von, du wirst gekündigt. Das möchte ich einmal ganz klarstellen, das nehme ich nicht wahr. Ich nehme wahr, die Veränderung kommt aus dir heraus, oder ist etwas, was gegebenenfalls von außen, dass es eine andere Sache gibt, die sich im Außen verändert, wo du dann entschließt, hier in die Aktion zu gehen. Ähm, wie gesagt, das könnte sein, dass hier mit Gewohnheiten gebrochen wird, dass hier eine wichtige Kommunikation in der Zukunft liegt, wo es darüber geht, um, äh, mit Gewohnheiten zu brechen. Vielleicht ist es ein Vertrag, der plötzlich kommt oder der plötzlich durchbrochen wird. Beides kann natürlich sein, wenn ein plötzlicher Vertrag für eine neue Wohnung kommt, dann musst du vielleicht auch plötzlich einen anderen Vertrag auflösen und brechen. Aber natürlich auch, äh, abgesehen von dem Hausthema hier, kann es natürlich sein, dass es hier eine plötzliche Kommunikation gibt mit der Familie. Ähm, Kommunikation mit der Familie oder über die Familie oder über das Thema Zuhause, Sicherheit, ähm, und dann hier. Äh, ich habe das Gefühl, das ist eher etwas, was recht plötzlich dann kommt. Lass uns da jetzt aber nochmal weiter reinschauen, denn ich möchte einmal mit dem Singenreisetarot schauen. Moment, geben wir mal einen kleinen Vorschaffel rein. Was wir für Zusatzbotschaften bekommen. Guck mal, was wir hier schon wieder haben. Den Magier, den hatten wir doch auch, ne? Moment, lass mich das nochmal machen. Wupp, ja, auf zu neuen Ufern, Reisen, Strategie, Fortbewegung, Bewegung, Aktion. Gerade mit dem Ritter der, ähm, Ritter der Schwerter, jetzt geht alles ganz schnell. Okay, so, dann lass uns einmal schauen. Ich möchte einmal das Hier und Jetzt tatsächlich. Eine Zusatzbotschaft fürs Hier und Jetzt. Okay, dir wird etwas gegeben. Also, hier kommt etwas in den Ausgleich oder dir wird etwas gegeben. Diese Situation ist sehr schicksalhaft, sehr vorherbestimmt, aufgrund dessen, dass ich das Gefühl habe, die geistige Welt hat ihre Fingerchen mit im Spiel. Gleichzeitig können jetzt Synchronicitäten auftauchen, Vertrauen ins Universum, Vertrauen in die geistige Welt könnte gerade ganz wichtig sein. Mit dem Teufel kann diese Sache mit einem kleinen Haken kommen. Das ist die Botschaft, die ich hier bekomme. Es kommt zwar etwas ins Gleichgewicht, äh, gegebenenfalls bekommst du ein Geschenk, eine Unterstützung, eine Hilfe, dir wird was auch immer gegeben. Ähm, wie gesagt, hier Synchronicitäten häufen sich, du bekommst Botschaften von der geistigen Welt, ähm, das Vertrauen in deinen Plan, in deinen Seelenplan, das Vertrauen in die geistige Welt. Ähm, Dinge können, wenn wir jetzt mal auf die traditionellere Bedeutung der Karte, ähm, gehen, was wiederum auch das Thema Tradition ist. Es kann hier auch um irgendwas sehr Traditionelles gehen, wobei ich eher das Gefühl habe, dass es auch hier sein kann, dass du mit irgendeiner Tradition brichst. Wie auch immer sich das für dich persönlich manifestiert, ich habe das Gefühl, diese Situation kommt mit einem kleinen Haken. Lass uns mal weiterschauen. Wir packen die Karten einmal hier hin. Dum, dum, dum. So. Und ich würde sagen, da machen wir auch direkt weiter. Was ist denn dieser Haken mit dem Teufel? Der kleine Haken hier. Das gibt es doch nicht. Ich habe es mir gerade schon gedacht. Ich wünschte, ich hätte das gesagt. Ähm, denn wenn ich mir diese Sache angucke, ist alles gut, bis auf die Sense, was eine schwierige Karte sein kann. Jetzt sagte ich gerade schon, etwas könnte sehr plötzlich und abrupt kommen. Ähm, die Sache ist die, dass das natürlich manchmal mit Herausforderungen kommt. Und hier haben wir tatsächlich den, ähm, hier haben wir tatsächlich das Schwert, die Zehn der Schwerter, sprich ein Ende. Ich habe das Gefühl, das bezieht sich unmittelbar darauf, dass der Haken an dieser Situation, dir wird etwas gegeben vom Universum, von der geistigen Welt. Das ist vorherbestimmt, es kommt aber mit einem Haken. Dieser Haken ist, dass etwas enden muss. Wow. Ähm, kriegen wir weitere Botschaften bitte für das Seelenkollektiv? Ich möchte einmal wissen, was sollte das Seelenkollektiv noch zu dieser Situation wissen? Was sollte das Kollektiv noch wissen? Schon wieder Bewegung. Und dann haben wir hier die Königin der Münzen und dann haben wir auch noch die Herrscherin hier. Wow. Ähm, so, passt das? Das passt. Dann, 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 dann. Moment. Ich überlappe die Karten mal so ein bisschen hier. Ähm, ja, die Botschaften, die ich hier habe, was solltest du noch wissen? Jetzt ist es Zeit, um in die Aktion zu gehen. Ähm, kümmere dich gut um dich, um deine Lieben, um deine Finanzen, deinen Beruf, je nachdem, worum es geht. Die Königin der Münzen sagt, dass es jetzt darum geht, dich um diese Situation zu kümmern. Ähm, um dein Zuhause, Beruf, Finanzen, Familie, dich selbst, um deinen Körper kümmern. Ähm, gleiches sagt im Prinzip die Herrscherin, weil es zweimal weibliche Energie ist, zweimal Mutterenergie, unterstützende, helfende Energie, kümmernde Energie. Also hier die Zusatzbotschaft, die wir haben, ist wirklich, dass es jetzt darum geht, sich um etwas zu kümmern. Ähm, gefühlt aber etwas aus der materiellen Welt, wie ich schon gerade in die Themen reingegangen bin. Ähm, weil es jetzt, und es geht darum, jetzt damit in die Aktion zu gehen, dich um etwas zu kümmern, damit das, zum einen habe ich hier das Gefühl, damit etwas stabil und sicher weiter wachsen kann. Ob das du bist, ein Projekt, eine Arbeit, eine Beziehung, was auch immer. Aber du musst da gefühlt Arbeit reinstecken, habe ich das Gefühl. Ähm, und die Herrscherin ist eine ähnliche Energie. Das, was du mit deiner Liebe jetzt nährst, dem, dessen du jetzt Aufmerksamkeit gibst, das wird wachsen. Wir haben eine extrem fruchtbare Zeit hier. Ähm, ja, und das ist eben auch so die Hauptenergie der Herrscherin, ne, Fruchtbarkeit. Mit was gehst du jetzt schwanger? Manche werden vielleicht schwanger hier tatsächlich. Ja, das ist ein Geschenk des Himmels, was dir vielleicht gegeben wird. Ähm, aber etwas, worum du dich jetzt kümmern darfst, damit es langfristig mit der Königin der Münzen in deinem Leben Bestand hat äh, und sich gut weiterentwickelt. Ähm, und der Ritter, den Ritter, es kann wieder um die Aktion grundsätzlich gehen, darüber denkst du aber eh schon nach. Ich habe das Gefühl, wo auch immer du nachdenkst, diese Aktion, verzögere nicht, geh damit in die Aktion. Und Zeit ist jetzt. Kümmer dich um dich, kümmere dich gut um deine materielle Welt, damit sie jetzt erblühen und erwachsen kann, gedeihen kann. Die Umstände sind extrem günstig, extrem, ähm, Fülle kann sich jetzt manifestieren. Und dann, uh, voila, guck mal, wer gerade noch rauskommt, er hat auch noch einen kleinen Gastauftritt hier. Ja, der Bube der Schwerter überbringt Nachrichten, deswegen lasse ich ihn jetzt einmal hier. Es kommt eine wichtige Information auf dich zu. Ich habe das Gefühl, wir sind, ich meine, hast du das gerade gesehen? Halleluja, dumm, dumm, dumm. Wobei ich nicht das Gefühl habe, ich möchte es nochmal wiederholen, ich habe nicht das Gefühl, dass es mit dem Turm um irgendwas Schlimmes geht, was dir widerfährt, oder was jemand dir antut, in Anführungsstrichen. Ich habe eher das Gefühl, es kommt eine wichtige, es kommt eine wichtige Nachricht, die alles verändert, die irgendwas umstrukturiert, die dich etwas in einem neuen Licht sehen lässt. Eine wichtige Nachricht kommt auf dich zu. Wenn du dir mit etwas unsicher bist, kriege ich gerade rein, dann recherchiere, bekomme ein bisschen mehr Informationen zu der Sache. Lass uns nochmal einen Tipp ziehen. Der Tipp für das Seelenkollektiv, bitte. Folge deinem Herzen, Folge deiner Intuition, die wird dich jetzt leiten. Du bist auf dem Weg in Richtung Glück, in Richtung Erfüllung oder vielleicht sogar die große Liebe hier. Der Wahnsinn. Und was haben wir hier noch? Wir haben das Ast der Schwerter und das ist natürlich ein Erfolgserlebnissen, ein Durchbruch, den wir hier ebenfalls noch sehen. Das sind die Energien, ihr Lieben. Ich bin mega geflasht. Auch hier, lasst es mich gerne schon mal wissen, ob sich die Energien der Wochenbotschaft bereits bestätigen, weil die waren ja schon der Hammer. Jetzt haben wir auch noch diese Legung. Ich dachte, als ich gerade in diese Legung reingegangen bin, dachte ich noch so, na, mal gucken, ob jetzt hier komplett das Gegenteil kommt von der Wochenbotschaft. Aber, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Legung unterstützt die Wochenbotschaft extrem. Solltest du die noch nicht gesehen haben, schau einfach einmal zurück in das Video, was ich am Sonntagabend hochgeladen habe, die Wochenbotschaft für diese Woche. Denn irgendwas ist los diese Woche. Ich sag's euch. Was ist da, was ist da los? Ich bin mega gespannt auf eure Kommentare unter diesem Video. Und natürlich, klar, für den einen oder anderen manifestiert sich das vielleicht erst später in der Woche. Also komm unbedingt auch noch mal wieder am Sonntagabend zur Wochenbotschaft dazu, weil ich absolut hoffe, dass ganz, ganz viele, und ich wiederhole mich hier, ich habe es schon in der Wochenbotschaft gesagt, aber ich hoffe, dass ganz viele mit diesen Energien resonieren. Und ja, ein kleiner Haken hier, etwas muss losgelassen werden, vielleicht sogar recht radikal, abrupt, Ende Gelände, aber hier als Zusatzbotschaft und als Tipp, folge deinem Herzen, folge deiner Intuition, denn die führt dich in Richtung Glück, Erfolg, Fülle, Liebe. Und ja, in diesem Sinne haben wir es jetzt auch wieder geschafft. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich wahnsinnig auf eure Kommentare. Ich freue mich wahnsinnig auf Sonntagabend und hoffe, dass ihr mir alle ganz, ganz Tolles zu berichten habt. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben, und bis Sonntag.